jo liebe leute herzlich willkommen zu let's play gta oder gta 3 herzlich willkommen zurück in liberty city so wir brauchen ein auto vor allen dingen erst mal und da kommt ja hallo so wir machen wir haben schon mal vorgestellt vielleicht dachte ich mir mal so gerade so wir haben aufgabe eine aufgabe der wollen mal folge nummer 5 der tippe nämlich total an will smith polizist ball is being held at the old school hall near the cali hambridge and they'll be looking for some old school action now i got girls all over town walk in the street get them to the ball they'll make a bundle get out many of them as you can before the cops drink away the green ich brauche jetzt mal viel, oder? ich bin weniger als vier girls bei der mitte oh das ist aber nett, dass du mein Taxi brichst, komm her so fangen wir an, die grünen punkte sind die girls das war, äh, wieder gelusten wir haben ja noch 50 Minuten Zeit ich denke mal, das kriegen wir locker hin wir sammeln mal ein Gürtten Nummer 1 die Chantau dann fahren wir zu Gürtten Nummer 2 das ist die Jacqueline mal gucken, liebe Damen und Herren hier oben an der Straße da komm so, die nächste junge Dame den Namen könnt ihr jetzt sehr weit austreten stehen hier die Nummer 3 ist auch im Auto das heißt, sie bringen jetzt erstmal ab dann haben wir zumindest mal schon dreiviertel der Mission da muss er alle kriegen wahrscheinlich eher nicht, aber die Aufgabe ist zumindest erstmal vier zu bringen die wäre äh äh ja ich würde fette Fattig zu sein 3 Gold weg so und dann fahren wir den den Kurskühel Nummer 4 hin so die Frage ist jetzt haben wir hier das nächste Gürtel holen das steht hier oben an der Ecke die junge Lady steht hier hinten die junge Lady steht hier hinten wenn die Frage ist, schafft man alle das Bittere ist, dass mein Auto nicht groß genug ist wenn noch mehr ja das ist Gült Nummer 6 äh 4, 5 und 6 damit haben wir die Mission eigentlich auch schon geschafft und wunderbar wir haben noch eine gute Minute 40 Zeit wir haben noch eine gute Minute 40 Zeit wir haben noch eine gute Minute 40 Zeit Alter, wie weit schicken wir jetzt wir haben noch eine gute Minute wir haben einen kleinen Schrockplatz wir haben noch Quadratzen wir haben noch eine gute Minute Ah, leck mich doch am Arsch. Schau mal, das könnte tatsächlich geklappen, dass wir alle entgegen. Nee, kriegen wir nicht hin. Schade, die hat doch zwei weitere Gülze vom Auto. Aber wir haben die Mission erfüllt. Gut, dann haben wir die auch nicht geschafft. Oh, das war keine Absicht. So, Lucy, sagen wir mal jetzt mal durch. Das heißt, wir machen uns jetzt auf zur nächsten Mission. Die Frage ist, kriegen wir sie hin? Natürlich nicht. Gut, dann kommen wir dann zum Tee. Dann fahren wir jetzt zum Tee. Das ist ein Tee. Das ist ein Tee. Die schmutzige Wäsche. Ja, ich bin ein Tee. Das ist ein Tee. Das ist ein Tee. Und auch ein Tee. Das ist ein Tee. Damit die Ihre Hüter nicht bezahlen, was? Die Triads denken, dass sie mit mir verhalten? Lass uns diese treibaren Wäsche anbieten, was es sei ein Tee. Ja, gebt ihm ein Respekt. Nein, der Mann hat einen Tríad bekommen. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Er hat keine Träume aus den Tríad zurück in Italien. Ich möchte, dass ihr die Fahrräder verletzt und mangelen die Tríad-Gimp, die in deinen Weg kommt. 8-Ball kann euch mit dem, was ihr braucht. So. Uh... Ja, ich brauche ja mal ein Auto. Warum war das hier mit? Wir haben drei Ziele. Ich glaube, ich erinnere mich gerade ganz dunkel, welche das sind. Oder was das für eine Mission ist. Ja. Ja. Ja, schon geht die A-Serie ein bisschen was anderes als die. Aber dann weiß ich, welche Mission ist das jetzt okay. Wir müssen die LKWs zerstören. Ich kann mich erinnern, dass ich das privat mal gezockt habe und ewig dran gesessen habe. Oh, falsches Auto. Geh mir mal wieder den LKW. Ich brauche was Robustes. Komm her. Komm her. Ah! You're gonna die! My mother's my sister! You can sail the Seven Seas. What does that happen? You can't tell! Get down, my dear people! Shit, that was just the half of your life. My two-bath! Shit. It's been the way to do that, that we had the three of them. That's why we had them all in one phase. I'm trying to kill you! I'm trying to kill you! Yeah, I'm trying to kill you! I'm trying to kill you! I'm trying to kill you! Get down on the road! Ja, komm. Die Kacke. Ich habe mich schwer angeschossen. Komm nachher jetzt hier mit deinem Scheißauto. Einen würde ich mir gerne noch in der Folge holen. Die Frage ist welcher. Der ist okay. Der hat alle Leute zufrieden. Der hat alle Leute zufrieden. Du wirst sterben. Okay, okay, wir machen. Die Kacke. Die Kacke. Einwillig gehen hier. So einfach. Es funktionieren würde funktionieren. Das ist ein nechsterer Marsch hat er. So, nächstes Auto. Komm her. Ah, und hier so? Karin hat noch nichts aus dem GTA, ne? Dann, in seinem Auto, ne? Oh! Ah! 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 Ein Auto möchte ich gerne in der Mission noch machen, hier auf jeden Fall. Jetzt bin ich irgendwie unerwischt. So, dann hole ich mir den Feuerwehrwagen in der Linie. Dann hole ich mir den Feuerwehrwagen, der müsste eigentlich doch ein bisschen robuster sein als die anderen Autos, oder? So, dann hole ich mir den Feuerwehrwagen. So, dann hole ich mir den Feuerwehrwagen. So, dann hole ich mir den Feuerwehrwagen. So, dann hole ich den Feuerwehrwagen. So, dann hole ich den Feuerwehrwagen. So, dann hole ich den Feuerwehrwagen. Woll er doch nicht. Mein ist aus. So. So, gut. Wie gesagt, das war Nummer 1 erst. Und hier steht natürlich kein weiteres Auto. Und es geht denn natürlich darum nicht hin. Ah, ja, ja, ja. Das ist keine... Ja. Und dann muss ich auch nochmal 2 und 3 noch machen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ja. Ja.